Ich hab ein Moin gesagt, ich bin jetzt wieder daheim, so und ich hab nicht allzu lange gewartet. Ach ja, ich spiel hier wieder Samtronen, französischen Alten. Und ich versuche hier keine Niete zu schießen. Aber ich habe so eine scheiß Stelle erwischt. Und ich habe keinen Hochsitz. Einen habe ich bis jetzt geschlossen. Aber hier habe ich keine Fernsehensur. Ich brauche einen anderen Platz, also hier geht das nicht. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Mit dem Wild weg drauf rum, geballern wir das auch hier nicht, da können wir uns auch nicht mithelfen. Mal abwarten, hier sieht man, man sieht ja nichts, also ich breche das hier gleich ab. Wo soll ich mich hier dann hinsetzen und hinstellen? Ich muss ja mindestens zwei Bauten sehen, dass ich... Muss ich mal ausprobieren von hier vielleicht, vielleicht habe ich ja Glück. Aber das sieht man sehr schlecht aus hier. Also wenn die Kanäcke die angeht, vergesst bloß keinen Baumsitz, so ein bisschen im Gebirge. Na los. Hier knackt und knudelt. Hmm. Jetzt haben sie sich wieder verpisst. Hier liegt einer. Und da liegt einer. Ja wisst ihr was, das ist hier eine blöde Stelle. Wir sammeln die ein und gehen weiter. Ich will hier ja nicht ewig. Wir wollen ja da hinten über... Noch ein bisschen klettern hier. Irgendwann ist es auch gut gewesen. Lass uns mal die Hasen einsammeln. eins. Rechts ist hinterwain. Oh, zwei, zwei... Oh. Das Jäger ABC läuft auch noch. Oh. 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 ja so kann es auch wirklich lobt Ja, wo ist es zu? er kommt zu okla also meine schaffen einfach zwischen zwei bauten setzen das scheint auch zu funktionieren körper ja in der zunächst drei stück haben wir ich glaube wie es belassen ist dabei war wo ist eine kollege hingefallen hier ist blut hatten nicht konnten die sehen würde ja drei stück ich glaube wie es belassen ist dabei ich suche meinen scheiß hier zusammen und da ziehen wir weiter wir haben ja noch mehr vor e und abbauen ja ein bisschen warte ich noch bis der teil zu ende ist und weil ich in dem stück steht und ich jetzt schon einige folgen gemacht hat wenn jetzt noch einer bock hat sich erschießen zu lassen ihr habt noch ungefähr fünf minuten da war das wo seid ihr wenn ich jetzt mal wüsste ob der ton seitenverkehrt kommt oder richtig das weiß man ja nie bei seiner hand das stampft einer diesen hase der sieht mich wo bist du wo bist du wo bist du und und die laufen ja überall die dinge an der bloß nicht dann nicht so dass man sie sieht hier kann ich sie von hier aus kann ich sie nicht ja ich weiß jetzt auch nicht wo ich mich noch hinsetzen soll hier das ganze vergessen nene und krankenwagen das eigentlich ja das ist nicht gut jetzt doch na ich glaube wir verlängern diese vorgehen noch mal ein bisschen das hier scheint doch der richtige platz zu sein war jetzt haben wir 1 2 3 4 habe ich bis jetzt ich habe mir gesagt so 2 bis 10 dann lass uns mal hier bleiben ja 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 jetzt ist er doch gestorben war habt ihr gesehen da hätten das gerade der der neuer punkt aufgeleuchtet warte mal ich gehe mal eben hin wir nehmen die mal im auf also da müssen jetzt 22 stück sein und dann muss man sich ja flach auf dem boden liegen man kann nämlich in den bauten und dann komm her seht ihr da liegt da rein kriechen das am renken voller bein ist er gestorben so da habe ich 25 mit meinem luftgewehr geschossen hier das ist auch hier ganz gut jetzt müsste man mal abwarten ob wir noch mehr spuren können ob wir noch mehr hasen kommen oder nicht ddddddddd das weiß man ja nicht nur weiß ich nicht ja aber die hier scheint jetzt nicht mehr zu sagen die spuren sind die alle weg einen augenblick kommen wir noch warten ich glaube aber nicht dass noch was kommt Und dann beende ich diese Sitzung und wir kommen nie weiter wie zwölf Uhr. Da kommt noch ein Weh. Ein Weibchen. Von wo? Von da oben. Wollen wir das Reh noch krollen? Nein, will ich nicht mehr. Ja, meine Herrschaften, das war es für diese Sitzung. Wir hatten uns vorgenommen, hier in dieser Folge, über die Berge hoch und da hinten wieder runter. Was haben wir geschafft? Wir sind hier einmal im Kreis und sind hier mal beim Zelt gelandet. Äußerst intelligent, aber mehr ging heute leider nicht. Ja, egal, hier ist Schluss. Ich gehe jetzt in mein Zelt und mache ein Mittagsschliffken. Ich will noch meine Waffen wieder zusammenbauen, wie es vorher war. Der hatte ich da. Und das, wie ich sehe, kann ich mir nur besparen. Muss ich auch mal sehen. Ich baue es erst mal wieder an, so. Wo ist mein Zelt? Ich mache jetzt erst ein Mittagsschliffken. Und wenn ihr auch jetzt wieder fragt, äh, was macht, was macht, was macht, was macht, was macht, was macht. Was macht, was macht, was macht, was macht. Schau doch den nächsten Teil an. Und die nächste Staffel, wenn wir hier wieder in den französischen alten Sandtag spielen. Ich will sich wohl nicht verhindern lassen. So, hier ist mein Zelt, hier ist mein Lagerfeuer. Ich will noch mal irgendwas einblenden. So. Und Spiegel wieder. Nein, den schmeiße ich gleich mal raus. Ja, auf jeden Fall. Wir werden an dieser Stelle die nächste Aufzeichnung starten. Ob 12 Uhr, um, na gut, wir mogeln mal ein bisschen, um 11.45 Uhr. Wenn es dann geht, ich weiß es nicht, oder geht es nur in halben Stunden lang. Ach, wir sagen einfach 12 Uhr. An dieser Stelle. Es ist aufgezeichnet. Und, äh, ich kann mir da nicht mehr verdrücken. Wir sehen uns. Bis dann. Winke. Ja. Ja. Ja.